Storytime! Standauto neuer Makro-Reaktoren liegen für gewöhnlichen, sehr ländlichen Regionen, Sir. Die Dorfbewohner sind Kunden Shinra, Sir. Daher haben wir für ihre Sicherheit zu sorgen, Sir. Okidoki. Denn jetzt gehen wir erstmal... Kniebeugen machen. Und uns unseren Preis abholen. Weil ich habe noch gar nicht unsere Kapsel geleert. Ja, Katzen. Katzen und Horrorspiele ist ein Problem. Das kann ich bestätigen. Ui, toll. Feuer. Ich bin so begeistert. Wir müssen mal Materia Fusion machen. Ich glaube, wir könnten uns richtig geile Sachen machen. Aber ich habe Angst vor Materia Fusion. Ich weiß auch nicht. Kann ich nicht so genau erklären. Der Angriff auf das Shinra-Gebäude scheint direkter Lazard schwer mitgenommen zu haben. Da Genesis als Drahtzieher des Überfalls gilt, hacken die Leute von der Sicherheitsabteilung jetzt ganz schön auf Lazard rum. Ja, das hat er auch mal verdient. Arme Mama. Äh, Materia Fusion. Lass doch mal gucken. Ich will halt meinen Vitara gar nicht loswerden. Aber ich weiß halt mittlerweile auch, dass es Full Heal gibt. Übrigens habe ich nachgeguckt wegen dem Secret Boss. Der hat übrigens auch nur 10 Millionen HP. Also, wenn ihr mal viel Zeit habt, ne. Und nein, ich habe mich nicht verlesen. 10 Millionen HP. Dagegen sind die 88.000 von dem Typen, der mich gestern so unfassbar auf die Palme gebracht hat, ja quasi gar nichts. Ich fände es übrigens auch voll gut, wenn man vorher sehen würde, was hintenrum rauskommt. Aber, naja. Ah, sieht man. Okay. Joa, Vitara lohnt sich irgendwie nicht. Say what? Ja. Ja, es ist wild. Es ist ein bisschen sehr wild. Muss ich leider auch mal sagen. Weil du kannst hier echt nice Sachen machen, aber du musst leider wissen, was du tust. Ich weiß nicht, ob einem das irgendjemand beibringt. Wer dann sagt, hey, guck mal. Du kannst hier echt sick und shit machen. Weil, ehrlich gesagt, finde ich, das, was wir jetzt bisher so rauskriegen, jetzt auch nicht überwältigend. Elementschutz. Das könnte eventuell was taugen. Wobei wir ja dieses Armband haben. Müssen wir mal gucken, geht das auch mit dem Nichtfall aufgepowerten? Nein, guck mal, dann ist das Zertbarriere. Wild. Wenn ich jetzt statt Feuer... Ich hab ja da ein Eisgar irgendwo, das ich nicht brauche. Hab's eben gesehen. Da. Hab ich aber Verschwendung. Besser wird's davon nicht. Okay. Was man hat, hat man bekanntermaßen. Ja, aber irgendwie... Also, so einen kleinen Leitfaden dazu hätte ich, ehrlich gesagt, ganz süß gefunden. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Naja, egal. Wir wollten Kniebeugen machen, hab ich gehört. All die vielen Kniebeugen. Huch. Kein Final Fantasy 7 Spiel ohne Kniebeugen Minigame. Und diesmal lohnt sich's auch richtig. Wir haben Aerith ja einen Blumenwagen versprochen. Da müssen wir jetzt erstmal reinhusteln. Warte, vielleicht speichere ich vorher. Ich weiß nicht, ob man das verkacken kann. Aber nur für den Fall das. Speichern wir mal lieber. Jetzt will meine Saves auch wieder gehen. Ich hab mir halt gestern wirklich doll in die Hose gemacht, deswegen. Es gibt doch bestimmt eine Liste. Die gibt es bestimmt, aber ich hab sie gerade nicht hier. Vielleicht gehen manche Sachen auch noch gar nicht, weil wir sind ja auch erst immer noch auf der Hälfte vom Spiel. Da geht ja noch was. Weil also so für das Endgame, so Full Heal, wäre schon ganz nice eigentlich. Aber da muss man bestimmt wilde Vitagas zusammenhauen. Und die muss man bestimmt auch aufleveln. Da muss der Mugel öfter mal vorbeikommen. Heute bist du mit dem Fitness-Check dran, Zack. Es geht darum, deine physische Leistungsfähigkeit zu evaluieren, also streng dich besser an. Bist du bereit für den Test? Wie geht das denn so? Die körperliche Fitness eines Soldatkämpfers wird über die Zahl seiner Kniebeugen in einer Minute evaluiert, weil wieso auch nicht. Durch ein gut abgepasstes Drücken von X können Kniebeugen in schneller Folge ausgeführt werden. Doch ein Druck auf X im falschen Moment und der Rhythmus ist verloren, also Vorsicht. Naja, bester Tag dafür heute, aber kriegen wir hin. Witz, du mich verdummt verkaufen, du hast den Test doch noch nie absolviert. Ja, Entschuldigung. Habt ihr mal fragen dürfen. So, Kniebeugen-Battle. Ich weiß halt nicht, wann ich drücken muss. So ein Prompt wäre irgendwie cute gewesen. Ah. So. Okay. Hab's verstanden. Jetzt legt er aber los hier. Okay. Dann braucht er kurz eine Pause. Zack ist heiß gelaufen. Man kennt's. Aber das mit den Mini-Cutscens ist aber voll mies. Dann müssen wir in den höheren Level ein bisschen aufpassen. Aber fürs erste Mal ist das, glaube ich, ganz gut. Vor allen Dingen klaut mir das ja auch Sekunden, weil ich in der Zeit nichts drücken kann. Frech. Diese Leistung war eines Soldat-Kämpfers mehr als würdig, Sir. Dankeschön. Hurra. Quadrizeps aus Stahl erhalten. Okay, ich weiß nicht, ob das ist, was ich bekommen sollte, aber kriegen wir hin. Shinra-Serviertisch-Skizzen erhalten. Ich glaube, maximal muss ich 53 schaffen. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Aber jetzt weiß ich ja, wie's geht. Erstmal eine Stunde Kniebeugen-Stream. Let's go. Wie er gar nicht die Kraft aus den Knien holt, weil er eigentlich mit den Armen die ganze Zeit hier am Rudern ist und Schwung holt. Sehr betrüftvoll. Hey, ich hab gedrückt. Frech halt. Vielleicht doch eng mit den 53. Müssen wir einen perfekten Run machen. Ähm, Cure halt doch, oder? Also müsste Kuraga das Beste sein. Ja, aber anscheinend gibt's noch Full Heal. Hab ich gelesen. Das ist dann nochmal, also, Kuraga macht ja auch nur, ich glaub, 70%. Ich glaub, Q ist 30, ähm, Kura ist 50 und Kuraga sind 70% und Full Heal ist dann halt alles. Irgendwie so. Ein ausgezeichneter Wettkampf. Du bist wahrhaft ein würdiger Gegner. Schindra Keramik erhalten. Schindra Keramik erhalten. Sehr gut. Weiter geht's. Oha. Vielleicht muss ich auch einfach immer mehr als der Typ haben. Das reicht dann schon. Aber die werden halt auch besser, ne? Aber Zack cheatet halt auch. Sein Speed-Up. Das krieg ich irgendwie nicht hin. Die dritte Stufe ist zu schnell für meinen Controller. Upsa. Ist ein bisschen wie das Seilspringen in Final Fantasy IX noch schlimmer. Upsa. Uff. Aber ich muss noch sieben mehr schaffen. Das ist gar nicht so einfach. Ich wusste es, Zack. Dir bin ich einfach nicht gewachsen. Schindra Gleisketten erhalten. Versuchen wir es. Ich geb alles. Muss ich aber mal kurz die Klappe halten. Er reagiert da einfach, ne? Ich krieg es einfach nicht hin. Ich drück eigentlich im richtigen Moment. Aber ich bin anscheinend zu langsam. Jetzt hab ich gelabert. Warte. Das können wir gleich nochmal machen. Es irritiert auch ein bisschen, dass der Typ voll am Rumglitschen ist. Kann er das vielleicht nicht tun? Ich mein, guck mal. Der glitscht voll. Wann muss ich da drücken? Wann muss ich da drücken? Ich verstehe es nicht. Ich hab auch das Gefühl, bei jeder Stufe ändert sich der Zeitpunkt, zu dem ich drücken muss. Hier ist es viel später. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Tragic. Hey, ich dachte, du wärst der Kniebeugen-Killer. Ne ganz schön herbe Enttäuschung, Mann. Ja, hab ich auch gedacht. Guess not. Ich muss mal rausfinden, wo ich da drücken muss. Wenn ich das rausgefunden habe, dann kriegen wir es hin. Ja, sechs Beine, Mann. Die sind aus Stahl. Aus fucking Stahl, Mann. Er füllt diese Hose aus. Jetzt sag's mal nochmal. Scheiße. Okay, ich kann dabei echt nicht reden. Moment. Nein. Okay. Nicht kaputt machen. Ich brauch das letzte Item. Für Aerith. Oh, Katze. Scheiße. Eben haben wir es noch davon gehabt. Jetzt ist die Katze hinter mir durchgelaufen. Das ist mega schrocken. Ah. Ich glaub, jetzt schaff ich's nicht mehr. Ja. 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 Okay, doch. Okay, einen Fehler darf man machen. Gott sei Dank. Für Aerith. Uff. Danke, Chat. Weil ihr immer an mich geglaubt habt. Oh boy. Ich hab das nicht so schwer in Erinnerung gehabt. Holy shit. Du hast es echt drauf, Mann. Deine Turbogni möchte ich auch gerne haben. Ach so, Turbogni. Ach so, ja. Das macht mehr Sinn. Glaub ich. Turbogni. Ich hab an Turtalk gedacht. Deswegen war ich verwirrt. Turbogni. Egal. 56, Mann. Ich bin der fitteste Soldier ever. Reicht. Reicht dann auch. In meinem Kopf hat's Sinn gemacht. Kurz. Und dann hab ich überlegt, warte, was ist denn Turbogni? Oh, warte mal. Ja, ja, so ist das manchmal. Okay, das ist aber auch alles, das wir brauchen. Das sind alles Schlüsselobjekte. So. Das heißt, wir können jetzt Dinge machen. Das haben wir gemacht. Glaube ich. Fahren wir nochmal runter. Wo ist der Aufzug? Da. Hat er halt mal eben kurz so 300 Kniebeugen gemacht, weil ich es nicht direkt geschafft habe. Aus dem Stehgreif. Einfach mal so. Soldier sind schon echt fitte Boys, Mann. Muss man auch mal sagen. So. Hier müsste eigentlich noch ein Typ rumstehen. Tut er nur nicht. Vielleicht echt eine andere Liga. Aber wenn ich mit Marco infusioniert wäre, könnte ich das bestimmt auch. Seit dem Angriff auf das Shinra-Gebäude sind wir in erhöhter Alarmbereitschaft. Sollte dir irgendwas Verdächtiges auffallen, dann lass es mich bitte unverzüglich wissen. Ich dachte, das ist dein Job hier aufzupassen. Wir haben ja, glaube ich, es ist ja jetzt immer noch der Anfang des neuen Kapitels, auch wenn wir mittlerweile fünf Stunden weiter gespielt haben. Aber wir sind ja immer noch am Anfang des Kapitels. Das heißt, wir müssen, glaube ich, eh mit allen reden. Oh, jetzt kann man die Highwind mal richtig schön sehen. Guck mal. So ein schönes Schiff. Sid hat anscheinend schon mit seinem Training als Astronaut begonnen. Eigentlich hätte diese Ehre mir gebührt. Shinra hat meinen Traum von einem Flug ins All zunichte gemacht. Das werde ich der Führung nie verzeihen. Das klingt nicht so gut. Die waren hier nicht gerade noch. Ah ja. Was für ein cooles Auto. Und weißt du was? Genauso eins habe ich schon mal in Sektor 8 rumstehen sehen. Ja, in der Loveless-Schussszene. Dies ist das Shinra-Modell SA37. Verglichen mit dem 27er ist der 37er leichter und trotzdem sind Fahrwerk und Chassis robuster. Mittlerweile hat sich das Modell 37 auf den Straßen etabliert und die Produktion des 27ers ist eingestellt worden. Okay. Kategorie nutzloses Wissen, aber danke dafür. Kann es sein, dass ich noch Missionen... Böp, böp. Warum denn böp, böp? Kann ich nur auf dem Safepoint Missionen machen? Ist ja witzig. Ähm. Oh, das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Unter anderem auch, weil das hier gesperrt ist. Ja, dann gehen wir mal ganz kurz Monster klatschen. In der Hoffnung, dass sich diese eine Aufgabe da noch löst. Weil wir sonst ein Schlüsselobjekt verpassen. Das wäre nicht so gut. Aber das sollte ja relativ schnell gehen. Auf sehr leicht. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Wir gehen heute nach Muttejoheim und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Um der Monstervermehrung Herr zu werden, haben die Slumbewohner aus Sektor 5 die Monsterjagd selbst in die Hand genommen. Eile in das Krisengebiet und bekämpfe die Monster, bevor Zivile Opfer zu beklagen sind. Okidoki. Ihr könnt ja mal kurz gucken, wie wir 2-1-3 freischalten. Wieso hat das nicht freigeschalten aus? Das wäre ganz gut. Ja, macht euch schon lustig über eine Arbeit. Ne, Quatsch. Danke für den Clip. Ich freue mich sehr. Dafür ist die Clipfunktion ja da. Wenn mein Gehirn mal wieder langsamer ist als mein Mund. Das passiert leider zu oft. Aber es wäre auch langweilig, wenn es nichts passieren würde. Seien wir mal ganz ehrlich. Das wären Mario-Streams ohne dumme Versprecher. Wäre super langweilig. Dann könnte hier ja jeder sitzen. Ui. Kein Clip-Channel mehr? Doch, eigentlich? Eigentlich schon. Oh nein, das ist das dumme Sektor 5 Mädchen. Okay. Da kommen wir auch noch hin. Da müssen wir nur eventuell nochmal zurücklaufen. Danke, dass du geguckt hast. Aber auch hier nochmal. Before the end of Chapter 8. Dann haben wir auch noch ein bisschen Zeit, bis der Point of No Return kommt. Das ist gut. So, komm her, du Ding. Oh, Alter. Ne, obwohl das ist der Post-Fight. Okay. Ain't nobody got time for you, Birdo. Aber was wir weg haben, haben wir weg. Ein Feuerring. Der wäre bei Ifrit halt leider echt praktisch. Das ist halt doch das Mädchen für alles. Aber guck mal, mittlerweile haben wir tatsächlich ein Viertel aller Missionen geschafft. Waren wir richtig fleißig. Das sind... Was ist ein Viertel von 300? 75? Bisschen mehr, glaube ich. Au. Irgendwas zwischen 75 und 80, glaube ich. Als ob ich Kopf rechnen kann. Hätte ich mir mal für 10 Euro das Calculator-Game auf die Switch runtergeladen. Nein, genau 75? Okay. Ich bin schlau. Was das sollte, weiß ich aber auch nicht. Also mal im Ernst. Diese Calculator. Ich sag mal F, weil es ist ja irgendwie kein Spiel. Die Switch. Hä? Wieso ist das passiert? Ich meine, Taschenrechner unterwegs sind immer praktisch, aber dafür hat man ja gemeinhin heutzutage ein Handy. Okay, die andere Mission. Also eine ist ja von dem Kido. Frage ich nur, wo ist die andere? Ja, 9,99 Euro habe ich gelesen. Vielleicht habe ich mich auch verlesen, aber ja, das ist anscheinend, was passiert. So, was ist denn unsere Aufgabe, dass ich nicht aus Versehen da reinrenne? Weil Aerith hat angerufen, das weiß ich noch. Du bist nicht hilfreich. Fangirl-Frau. So, mein Einsatzplan. Gegenwärtig sind sie für keinen Einsatz eingeteilt. Bitte warten Sie auf Ihren nächsten Einsatzbefehl. Auch das Erholen zwischen den Einsätzen ist eine wichtige Aufgabe der Soldatkämpfer. Besuchen Sie doch Ihre Freundin, wenn Sie ein Haar haben. Okay, Woman. Mach ich. Wenn ich offiziell meine Freundin besuchen soll, dann ist das wohl, was wir machen. So. Reden wir mit Menschen. Ja, die Illusion hatte ich auch eine ganze Zeit lang, als wir so fancy Taschenrechner für, ich glaube sogar so 200, 300 Euro angeschafft haben. Aber wenn du nicht weißt, wie du ihn bedienst, bringt er dir leider nichts. Musste ich dann sehr schnell feststellen. Okay. Erzähl mir einfach dasselbe wie die letzten fünf Kapitel. Das ist in Ordnung. Auf einmal kommen dann Buchstaben. Ja, ich bin aus Mathe ausgestiegen als Buchstaben und mich die ganze Zeit Y gefragt hat, wo sein Ex ist, bin ich ausgestiegen. Da wollte ich nicht mehr. Fast hatte ich den schnüffelnden Schreiber am Schlafittchen, doch wieder ist er mir entwischt. Der Junge ist wirklich schnell, das muss ich ihm lassen. Weit kann er allerdings nicht gekommen sein. Okay. Die Fanklappen-Member sind ganz aufgebracht. Was ist denn hier los? Ich meine, tot sind die anderen ja schon eine Weile. Aber ja. Ja, kann man. Man kann für Taschenrechner richtig viel Geld ausgeben, wenn man Oberstufenmathematik leider hat. Ist so ein bisschen nicht so nice. Wenn du Mathe-LK-Pflicht hast, ist das ein bisschen scheiße. Der kann dafür auch echt viel, wenn du weißt, wie. So Matrizen berechnen und so ein Quatsch. Leider kann ich es dir nicht erklären. Ich habe ihn auch, glaube ich, nicht mehr. Aber das war so eine Anschaffung. Da dachte ich auch nur so, wow, von dem Geld könnte ich all die Dinge tun. Tja. Konnte der Videospiele spielen? Leider nein. Der konnte leider nicht Doom Eternal oder so spielen. Das war nur das normale Doom, ne? Aber Leute so, die dann spielen auch auf Schwangerschaftstests und so. Wilde Zeiten, in denen wir leben. Ähm. Bei der Abschiedsfeier sollen sie auf den Fanartikeln regelrecht sitzen geblieben sein. Erst Genesis, tragischer Tod. Und jetzt schreiben wir auch noch finanziell rote Zahlen. Ich kriege gleich eine Krise. Ja, das kommt davon, wenn man sich am Tod anderer bereichern will. Selber schuld. Die Waldläufer lösen sich auf. Dabei wollte ich doch weiterhin zu Ehren an Gilles, der vom Himmel aus über uns wacht, aktiv sein. Mein Leben hat seinen Sinn verloren. Bitte lass mich jetzt allein. Oh, Boy. Apropos Boy. Bist du der Schlingel? Ach nee, das ist ja der Sohn von der einen. Der NJ-Fan Club hat seine Auflösung beschlossen. Diesmal war ich mir ganz sicher, dass Mama wieder normal werden würde, aber jetzt lässt sie vor lauter Depressionen nur noch den Kopf hängen. Ich habe zwar gemeckert, dass Mama im Haus keinen Finger mehr rührt, aber so wie jetzt habe ich sie mir auch nicht gewünscht. Ja, be careful what you wish for. Du hast einfach Pokémon Grün auf deinem Taschenrechner gespielt. Aber gut, du warst doch ein paar Jahre später, als ich in der Oberstufe. Zur Verteidigung meines Taschenrechners. Meine Oberstufenzeit ist ja schon eine Weile her. Vor allen Dingen haben wir, glaube ich, in der 9. Klasse auch welche gehabt. Das ist noch länger her. Irgendwo in Midgar soll es einen Sephiroth-Premium-Fan-Club namens Silber-Elite geben. In diesem ist der harte Kern der Sephiroth-Fans vereint und nur Auserwählte dürfen dem Club beitreten. Das heißt, die Mitglieder erhielten regelmäßig Insider-Informationen und rares Bildmaterial, in dessen Besitz normale Fans nie gelangen. Ich werde ein Teil der Silber-Elite werden. Koste es, was es wolle. Ja, das ist auch unser Plan. Unter anderem. Ich war nicht mal in der Oberstufe. Psst. Warte, man kann Club mit K schreiben? Ja, das ist, glaube ich, einfach die deutsche alte Schreibweise. Weil Club mit C ist ja eigentlich Englisch. Huch, wer bist du denn? Du bist Shady. Huch? Puh, ich dachte schon, du wärst einer von Shinra's Terrian. Ich werde von einem Shinra-Wachmann verfolgt. Wenn du weiter hier rumstehst, dann falle ich noch auf. Hau ab. Ach du Schande, du bist ja von Soldat. Wie denen das immer erst so zehn Stunden später auffällt. Als ob die Uniform nicht mega auffällig wäre. Bitte, bitte lass mich gehen. Ich bin wirklich kein schlechter Mensch. Nur ein einfacher Schreiber, der etwas Geld braucht. Ah ja, Bildreporter. Ich verstehe schon. Nun, wie ein Verbrecher sehen sie wirklich nicht aus. Äh. 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 Okay, ich lass ihn laufen. Zack ist naiv und dumm. Vielen Dank, das werde ich dir nie vergessen. Und wer sind Sie jetzt bitte? Mein Name ist so unbedeutend, dass seine Nennung reine Zeitverschwendung wäre. Ich bin ein Journalist, der versucht, Shinras dunkle Machenschaften ans Tageslicht zu fördern. Unsere Leser haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Und es ist meine Mission, sie damit zu versorgen. Was hältst du davon, mir deine Mailadresse zu verraten? Als kleines Dankeschön würde ich dir deine Gratiskopien meiner Artikel zukommen lassen. Ist ja löblich, dass jemand an der Wahrheit interessiert ist. Aber passen Sie auf, dass Sie sich nicht übernehmen, ja? Ja, das werde ich. Du wirst schon bald von mir hören. Was ich alles für E-Mails tue, Chat. Hätten wir ihn eingeknastet? Gäbe es nämlich keine E-Mails jetzt für uns. Oh, voll nice. Wir konnten nur so Sachen wie Boop auf unseren Calculator schreiben. Das war die einzige Freude, die wir damals hatten. Das klingt jetzt so, als wäre ich viel älter, als ich eigentlich bin. So, das Geheimnis der abgelegenen Fabrik. Guck mal, da packt er die juicy Details schon aus. Zwei als gefallen gemeldete Soldatkämpfer sind unlängst in Benora entdeckt worden. Angeal und Genesis sollen dort beim Betreten einer Apfelfabrik gesehen worden sein. Doch nicht nur das. Auch Holländer, ein Mitglied der Forschungsabteilung, war bei ihnen. Weiterhin erhielt ich die verstörende Meldung, ein Genesis nach dem anderen sei aus der Fabrik hinausgetreten. Das riecht nach zwielichtigen Experimenten, die mit Angeal und Genesis in der Fabrik betrieben werden. Indiz dafür ist auch, dass der Kontakt zu meiner Informationsquelle plötzlich abgebrochen ist. Ich hoffe, es ist nur ein technisches Problem. Ich glaube nicht. Nun gut. Gut, dass wir das gemacht haben. Ich habe die Monster im Umfeld der Stadt erledigt. Haha, schöne Armer waren mir das. Das waren stinknormale Monster, nicht die geringste Herausforderung. Pah, ihr Shinra-Deppen werdet das wahrscheinlich nie kapieren, aber der Planet schwebt in höchster Gefahr. Bist du etwa ein Mitglied von dieser Avalanche-Gruppierung, von der seit kurzem alles redet? Denn tadaa, Avalanche gab es sieben Jahre vorher auch schon. Ist das nicht cool? Hey, wirf mich nicht in einen Topf mit diesen Idioten. Sie sagen, sie kämpfen für den Planeten, doch ihr Mittel ist Mord. Das macht sie keinen dort besser als Shinra. Also hör mal, jetzt reicht's mir aber langsam. Denkst du, du stehst über allem? Ich tue doch auch was. Ich bin... Das Mädchen? Für alles. Ein Mitglied von Soldat, ein Beschützer dieser Welt. Das willst du doch sagen, oder? Es ist mir völlig egal, gegen wen und wie ihr kämpft, doch niemand von euch registriert, wie krank dieser Planet eigentlich ist. Und das ist die wahre Bedrohung, der sich unsere Welt ausgesetzt sieht. Also, wirst du diese Ignoranz bekämpfen? Da geht's schon los, Chat. Da geht's schon los. Heartache imminent. Hm. Für sein Gesicht kriegt er höchstens drei Punkte. Wenn er allerdings etwas Geld hätte... Hey, ich bin jetzt reich. Guck mal, ich hab... ganz viel Geld. Take me, take me. Hey, Zuckerschnecke. Ich wette, mit mir hättest du eine Menge Spaß. Okay, da ist der Bahnsteig. Da wollen wir noch nicht hin. Oh Gott. Denn wir müssen erst noch... Huch, eine E-Mail bekommen. Analyse des Überfalls auf Midgar. Die diesmalige Attacke verlief in zwei Phasen. Die erste Phase bestand aus Angriffen auf unsere Firmenzentrale und das gesamte Midgar-Stadtgebiet. Deswegen wurde unsere Verteidigung auseinandergerissen. In einer zweiten Phase konzentrierten sich die Angriffe dann auf das Hauptgebäude. Da nicht alle Einheiten zur Verteidigung bereitstanden, kam es zu großen Schäden. Phase 1 kann daher als Ablenkung gesehen werden, die unserem Gegner in Phase 2 zum Erfolg verhalf. Die starken Verwüstungen werden nicht ohne Folgen für die weitere Entwicklung des Unternehmens bleiben. Der Heidegger. Guck mal. Alle da. Wie sie halt lütet, alle rumgammeln hier. Huch, hier ist ja richtig was los. Was ist denn da passiert? Hier steppt ja plötzlich voll der Bär. Nun ist es also endgültig. Unsere Kräfte reichen nicht, um dich zu bezwingen. Ach ja, das waren die mit der Fede. Hier, Polizei gegen Militär, wenn ihr euch erinnert. Wieso war es uns bloß nicht möglich, über Soldat zu triumphieren? Warum hasst du Soldat eigentlich so? Schließlich gehören wir beide zu Shinra. Wir sollten Seite an Seite kämpfen. Hat er noch nie drüber nachgedacht. Verstehe, du bist dir wohl zu gut, um mit einem Mitglied von Soldat zu sprechen, was? Ich wollte die Moral meiner Männer durch einen Sieg gegen Soldat heben. Die Fähigkeiten eines einfachen Infanteristen sind nichts im Vergleich zu denen eines Soldatkämpfers. Doch solange es Soldat gibt, brauchen wir uns nicht groß anzustrengen. Das sagen jedenfalls meine jungen Kadetten immer. Und denen wollte ich beweisen, was es heißt, Midgar ehrenvoll zu verteidigen. Doch vermutlich bleibt mir nichts anderes übrig, als die unumstößliche Wahrheit anzuerkennen. Ob Sicherheitsabteilung oder Soldat, das spielt doch gar keine Rolle. Uns beiden ist daran gelegen, Midgar zu schützen. Du hast dich genug aufgeplustert, eingebildeter Soldatschnösel. Du brauchst mir nicht vorzuhalten, was ich selbst schon lange erkannt habe. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich habe Besseres zu tun, als meine Zeit mit dir zu vertrödeln. Die Pflicht ruft. Ach, übrigens. Ich habe dich nie nach deinem Namen gefragt. Zack, Rang 1, Soldat. Du, ich glaube, das hat er mittlerweile mitbekommen. Zack. Diesen Namen werde ich mir merken. Gleich schickt er einen Schläger-Trupp, Alter. Sakusu. Ich weiß immer noch nicht, warum. Warum er nicht einfach Saku heißt. Ich verstehe es nicht. Was machst du denn hier? Ist irgendwas los? Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, Zack. Überbleibsel der Wutai-Rebellen planen, sich in einer Anti-Shinra-Gruppierung neu zu formieren. Die Wutai-Jana? Ist das dein Ernst? Obwohl wir die fünf heiligen Wutais besiegt haben? Alter. Er hat richtig das gekränkte Ego raushängen lassen. Aber muss schon hart sein, wenn du nur so ein einfacher Plepp bist und dann kommt der Sag anstolziert. Schon hart. Leider ja. Im Hintergrund scheint die Lunaris-Einheit, die auch schon im Wutai-Krieg eine Hauptrolle spielte, die Fäden zu ziehen. Ihre Spione sind bereits nach Midgar eingedrungen. Wie bitte? Wir wissen, dass sich mindestens sechs Spione irgendwo in der Stadt aufhalten. Jetzt wird fieberhaft daran gearbeitet, sie anhand von Hinweisen aufzuspüren. Bisher allerdings erfolglos. Ja, dann muss wohl mal wieder der Mann fürs Grobe ran. Danke für deine Hilfe. Am besten wir teilen uns auf. Hier ist alles, was ich über den ersten Spion weiß. Wir haben herausgefunden, dass er in Sektor 8 eingedrungen ist. Also, wenn du auf jemanden Auffälliges triffst, weißt du Bescheid. Und denk daran, die Wutai-Krieg sind Meister der Verkleidung. Lasse dich nicht von ihrem Äußeren in die Irre leiten. Gell, Jufi? Über Midgar verstreut halten sich sechs als normale Bürger verkleidete Wutai-Spione auf. Ziel ist es, diese Spione zu finden, um sie über den Verbleib der Lunaris-Einheit auszufragen. Das ist jetzt irgendwie Fail, weil die haben wir ja schon ausgelöscht aus Versehen. Hupsi. Ja, wie Zack halt einfach so. Ja, übrigens, Zack, Soldier First Class. Er braucht sich gar nicht wundern, dass sie ihn alle hassen. Okay, wir suchen also Dudes. Was ist mit dir? Dies hier ist die Loveless Chaussee. Okay, ja, ja, das hast du mir schon erzählt. Bist du irgendwie verdächtig? Ich glaube, wenn sie immer dasselbe sagen, nicht. Okay. Bist du verdächtig? Weißt du was? Vor ein paar Tagen habe ich Gerüchte über den Prinzen auf dem Chocobo aufgeschnappt. Er heißt Joe und der Name seines pechschwarzen Reitschocobos ist Hyperion. Angeblich gilt er unter Freunden des Chocobo-Rennsports als ein großes Talent. Sicherlich ist er in ein paar Jahren berühmt und der beste Chocobo-Jockey der ganzen Welt. Ist das eine Anspielung auf Goldsauce in Final Fantasy VII? Ich glaube, ja. Ach, hätte ich ihn doch nur um mein Autogramm gebeten. Bist du safe? Der edle Ritter Joe, der auf seinem treuen Hyperion down und über die ganze Wüste, äh, Welt galoppiert. Wie gerne treffe ich ihn noch einmal, den Prinzen auf dem Chocobo. Are you a spy? Naja, anscheinend ist er nur mega verknallt. Das kann man ja jetzt nicht zum Vorwurf machen. Was geht hier bei der Loveless-Bande? Der Arbeitskreis hat die Thesen Genesis zum letzten Akt von Loveless in einem Sammelband kompiliert. Und dieser ist ein echter Bestseller geworden. Wir wissen gar nicht, wohin mit den ganzen Einnahmen. Dies muss Genesis-Segen sein. Rotleder auf der anderen Seite steckt in einer finanziellen Krise. Ihre Fanartikel bleiben in den Regalen liegen. Wie blei. Das war ja abzusehen. Sicher werden jetzt endlich wir, die Einzigen, die Genesis wirklich verstehen, zu einem offiziellen Fanclub. Seinem, meine ich. Oh, ich glaub, du hast gerade eine Mail bekommen. Ja, wo könnte die nur hergekommen sein? Das Geheimnis des letzten Aktes. Die vom Arbeitskreis kompilierte und in Eigenregie herausgegebene Sammlung Genesis-Thesen hat sich zu einem Bestseller entwickelt. Getragen von dieser Erfolgswelle wollen wir das Studium des letzten Aktes noch weiter vertiefen. Die größte Frage, die der letzte Akt aufwirft, ist, was mit der Welt passiert, nachdem das Geschenk der Göttin sie beseelt hat. Wichtig ist an dieser Stelle die Interpretation der Göttin selbst, doch die Meinungen der Gelehrten klaffen in diesem Punkt weit auseinander. Ach ja, Loveless, Mann. So, versteckt sich hier noch jemand? Ich glaube nicht, ne? Nein, das ist einfach nur eine Wand. Mein Baby hier. Ja, das erzählst du mir immer. Die Reifen, die wunderbaren Reifen. Okay, er ist, glaube ich, auch keiner. Aber der, der Typ ist doch die ganze Zeit so verdächtig. Das ist ja hier unser vermeintlicher Drogendud. Der ist ja immer so nervös. Ja, guck. Das sagt er ja auch immer noch. Der ist so ganz nervös. Hast du was zu verbergen? Was willst du? Ich habe doch gesagt, du sollst mich nicht ansprechen. Bleib mal hier, Kollege. Verdammt, ich bin entdeckt. Hier ist Zack. Ich habe einen Wutteilspion enttarnt. Du entkommst mir nicht. Zack ist schneller. Zack hat auch Turboreifen. Hier ist Schluss. Dir ist jeder Fluchtweg abgeschnitten. Ich wusste, dass auf dich verlassest, Zack. Der festgenommene Spion wird derzeit über den Aufenthaltsort der restlichen Rebellen verhört. Wenn sie irgendwas aus ihm rausquetschen können, bringt uns das vielleicht eine neue Mission ein. Hier ist alles, was ich über den zweiten Spion weiß. Unser nächster Kandidat ist besonders abgebrüht. In eine Shinra-Uniform gekleidet, war er in das Shinra-Gebäude eingedrungen. Sektor 8 haben wir bereits komplett abgegrast, sind aber leider nicht fündig geworden. Jetzt, wo seine Tarnung aufgeflogen ist, wird er sich vermutlich nicht mehr in die Nähe des Gebäudes trauen. Ich kann heute aber auch echt nicht vorlesen. Und so. Dafür müssen wir wahrscheinlich woanders hin. Dann gucken wir doch mal, ob der Zug jetzt fährt. Weil wir müssen ja sowieso in Sektor 5 nochmal zurück zu den Mädchen, wegen der Missionsgeschichte. Und vielleicht können wir so... Ähm, auch noch die Minigames nachholen, die ich im letzten Kapitel verpasst habe. Okay, ist was nicht. Ich hätte das alles mal anklicken sollen, glaube ich. Dann wüssten wir jetzt nämlich, was neu ist. Doof. Doof, doof, doof. Boop. Endlich ist der Zug eingetroffen. Das hat aber auch wirklich lang genug gedauert. Von hier aus gelangt man mit dem Zug zum Markt in den Slums von Sektor 5. Okay. Wo komme ich rein in den Zug? Da. Clever gemacht. Oh, hi. Angeel? Wo hast du gesteckt? Tut mir leid, ich bin ein beschäftigter Mann. Ja, klar. Sephiroth lässt sich auch nicht mehr blicken. Wisst, was passiert? Nicht wirklich. Der Gute hat sich einfach ins Archiv verkrümelt und wühlte an alten Unterlagen. Verstehe. Hey, willst du etwa schon wieder los? Was hast du denn nur? Warum seid ihr alle so komisch? Genesis und Holländer sind in Modeoheim. Bist du gekommen, um mir das mitzuteilen? Du, arbeitest du etwa immer noch für uns? In meinem Herzen bin ich immer noch ein Soldatkämpfer. Lazard ist bereits unterrichtet. Vermutlich lässt er bald nach dir schicken. Da überwindet er einfach die Grenzen der Physik. So, du. Ich bin froh, dass du dein Geld zurück hast und verzeih mir, dass ich dir nicht wirklich geholfen habe. Vielleicht kann ich es ja wieder gut machen. Möchtest du eine interessante Geschichte hören? In der Umgebung von Midgar tauchen in letzter Zeit immer mehr schreckliche Monster auf. Das hat mir ein Reisender aus Karma erzählt, mit dem ich mich vor kurzem angefreundet habe. Ich kann nie mal aufhören, sich mit netten Onkeln anzufreunden. Holy shit, Schwester. Er meinte auch, dass er schon die ganze Welt bereist hat, aber noch nie sah er so viele Monster wie hier. Woran könnte das nur liegen? Die muss mal wirklich mit den netten Onkeln aufhören. Das geht so nicht weiter. Ich sag euch das. Das geht so nicht weiter. So, Sichtung in Sektor 5. Die Ursache der rapiden Monstervermehrung liegt weiter im Dunkeln. Doch laut Aussagen von Bewohnern der Slums in Sektor 5 sind jetzt auch in den Gebäuden der dortigen Mülldeponie-Monster aufgehoben. Die Störenfriede müssen sofort beseitigt werden. Ah ja, interessant, dass die Mülldeponie so aussieht. Sie haben halt leider auch nur so dreieinhalb Skins, ne? Bisschen traurig, aber es ist halt auch nur die PSP. Muss aber sagen, als ich gestern Eternia gespielt habe, dass sie auch auf der PSP, wobei es gibt, glaube ich, in Amerika, da ist es ja als Tales of Destiny 2 rausgekommen, auch eine PlayStation 1-Version. Aber wie krass das einfach ist. Wie krass die PSP-Spiele waren, wie viel Power die PSP eigentlich hatte. Wow! Das ging schnell. Und das hat sich richtig gelohnt. Phoenix-Federn sind echt wertvoll. Die können wir nämlich nicht kaufen. So, nur die letzte Mission fehlt jetzt nochmal. 2-1-6 wollte mir jetzt aber auch keiner geben. Frech. Soldat scheint sich ja in letzter Zeit wirklich Mühe zu geben, all die Monster in der Gegend zu bekämpfen. Deswegen hat mein Freund sich ja auch entschlossen, seine Reise wieder fortzusetzen. Ich bewundere ihn ja so sehr. Stell dir vor, er bereist die ganze Welt, immer auf der Suche nach seltenen Gegenständen. Und er schreibt Tagebuch. Der Titel vom Tagebuch war irgendwas mit Anhalten und Galaxis. Ich fand den Namen total komisch. Ist das ein Easter Egg auf... Per Anhalter durch die Galaxis? Weil, ähm... Glaub schon. Hallo, was wäre die Welt ohne Utensilien? Und ich hab sie alle. Aber du gibst sie nicht her. Also alles wie immer. Du hier? Äh, ich meine, alles okay, Sir. Ich bin nur ein Shinra-Infanterist auf Patrouille. Ich glaub, da haben wir unseren zweiten Spion. Alles im grünen Bereich. Ich soll da, Sir. Wieso spricht dieser Mist-Gal mich andauernd an? Gegen Schnüfflern wie dem haben wir schon viel zu viele gute Männer verloren. Verdammt, ich bin aufgeflogen. Hier ist Zack. Ich hab einen Wutteilspion enttarnt. Zoom. Ist aber cool gemacht mit der Transition. Da ist ja der miese Spitzel. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können, Zack. Ähm, ja. Was wissen wir denn über den dritten? Er soll sich auf die Soldatetage geschlichen und vertrauliche Shinra-Informationen an sich gebracht haben. Seiner Tollkühnheit nach zu urteilen ist er vermutlich als jemand verkleidet, der mit Shinra Geschäfte macht. Ein Businessman, also. Ein Businessman. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht in Aerith reinlaufe. Ein Stumpfel. Ja, weil er so schlau ist. Ähm. Die andere Spitzbedeutung möchte ich jetzt lieber nicht unterbringen hier. Hinter diesem Tor liegt eine große, aber ziemlich heruntergekommene Straße. Rechts führt sie dich zum Park, links zu einer baufälligen Kirche. Ja, und warum ist die baufällig? Weil er mit seinem dicken Po reingeplumpst ist. Oh, guten Tag, der Herr. Lust auf eine Runde, Rat die Zahl? Gewinne, gewinne, gewinne. Stell dein Glück für nur 100 Gil auf die Probe. Oh, wenn das mal nicht der großzügige Potionspender ist. Tut mir leid. Ich weiß jetzt, dass du kein schlechter Kerl bist. Deine Sachen kann ich dir leider nicht zurückgeben, aber dafür lasse ich dich günstiger spielen. Na, ist das nichts? Oh, äh, ja. Toll. Aber zurück zum Geschäftlichen. Du musst es nicht bereuen, ich mache dir auch einen guten Preis. Eigentlich sind es 100 Gil pro Spiel, aber für dich nur 80. What a steal. Also gut, erstmal musst du dir eine Zahl von 1 bis 6 aussuchen. Bei meinem Spiel geht es darum, zu raten, wie viele der 6 gleich vorbeilaufenden Passanten Kinder sind. Wenn die von dir getippte Zahl mit der der Kinder übereinstimmt, dann ist dir der Hauptgewinn sicher und der heutige Hauptgewinn heißt Potion. Ach übrigens, für weitere 80 Gil nenne ich dir die 3 Zahlen, deren Wahrscheinlichkeit ich für besonders hoch halte. Ja, komm, wir sind reich, was soll's, gönnen wir dem Kind. 3 oder 4 und eventuell 5. Ich bin mir ganz sicher, dass es eine der 3 zahlen wird. Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Wähle eine Zahl. 1, darauf verwette ich mein Haargel. 2, ja, es riecht verdammt nach einer 2. 3, da bin ich mir ganz sicher. 4 gewinnt, ist doch klar. 5 ist Trumpf. Bei meinem in der Luft hängenden Schwert. Ich hab keine Ahnung, ich nehm einfach mal 4. Das ist eh getürkt, kannst du mir doch nicht erzählen. Natürlich sind es 3 Kinder. Aber ich glaube, jetzt, wo Aerith nicht mehr dabei ist, bringt das eh alles nichts mehr. Schade, du hast leider daneben getippt. Hier, nimm das als Trostpreis. Also dann, bis bald, hoffe ich. Auf dich warten weitere famose Preise. Ich glaub auch, ja. So, was ist hier los? Dieser dämliche Lieferservice bringt mich nochmal um den Verstand. Die Lieferung ist schon wieder unvollständig. Wahrscheinlich ist die Hälfte aus den Paketen gefallen. Oh, sag mein Freund, du siehst mir nach nem flinken Burschen aus. Ja, ich bin schließlich getaubt. Hat da vielleicht zufällig ein Herr Meust mit übersetzt? Was ist hier denn los? Ich meine, es stimmt, aber... Wusste ich's doch. Auf mein Riecher ist Verlass. Wie wär's, wenn du dich etwas für mich verdingst? Ist doch ganz einfach. Du musst lediglich die Materie aufsammeln, die verstreut hier rumliegen. Soll ich's dir genauer erklären? Jo. Bei einer Runde um den Markt müssen die auf dem Boden liegenden Materie durch Drücken von X eingesammelt werden. Insgesamt gilt es, 20 Materie aufzusammeln. Die Arbeit ist erledigt, wenn alle Materie aufgesammelt und beim Besitzer des Standes abgegeben wurde. Dann erfolgt die Bezahlung. Diese richtet sich nach der gebrauchten Zeit. Je schneller die Sammelaktion beendet ist, desto höher fällt die Entlohnung aus. Ich hab die Leute aus der Nachbarschaft gebeten, drinnen zu bleiben, damit sie dir nicht im Weg rumstehen. Zeig mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Schnapp dir die Klunke. Okay. Eins, zwei, drei... Oh Gott. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, zwölzehn, fünfzehn, sechzehn, achtzehn, achtzehn, zwartzehn, zwartzehn. Das geht besser. Wunderbar. Du hast alle 20 Materie aufgesammelt. Gar nicht schlecht, wirklich. 29 Sekunden, siebzig. Gute Arbeit. 60 Gil. Wahnsinn. Danke. Hat sich ja richtig gelohnt. Ich bin ein Handwerker, der die ganze Welt bereist und dieses Holz gehört mir. Lass bloß deine Finger davon. Irgendwie müssen wir da noch drankommen, glaube ich. Und auch der verkauft mir nichts. Die scammen einfach nur rum. Durch diesen Ausgang erwischt du auch den Zug, der von Sektor 0 nach Sektor 1 fährt. Und von dort ist es nur noch ein Katzensprung bis Sektor 8. Wenn du einkaufen willst, dann solltest du lieber auf der Loveless-Jaussee flanieren, als dich hier rumzutreiben. Weißt du? Da strengst du dich voll an und kriegst nur 60 Gil dafür. Huch. Und eine Mission, die es aussieht. Ist das denn auch die Mission, die ich brauche? Nö. Also 2, 1, 6 fehlt irgendwie immer noch. Schade. Die bräuchten wir halt leider jetzt eigentlich. Nun. Machen wir erstmal die Wutai Spice fertig. Vielleicht passiert dann ja was. Eigentlich bin ich auch der Meinung, wir sollten die schon haben. Aber anscheinend nicht. Da müssen wir gleich nochmal Onkel Google fragen. Njong. Eile wie der Wind, Sackse. Boop. So, wo ist der Schlingel? Das ist ja der Typ vom Midgar-Dings. Hm, der ist hier nicht. Oh, warte. Ding. Da ist er. Sack ist zu schnell. Verdammt, schon wieder die falsche Etage. Warum musste Shinra seine Zentrale nur so unglaublich kompliziert errichten? Und überhaupt, zwei Aufzüge für ein so gigantisches Gebäude? Lächerlich. Der wurde ja wohl an der falschen Stelle gespart. Ich habe einen schlechten Orientierungssinn. Ständig verwechsel ich die Etagen. Was schaust du denn so? An mir ist doch überhaupt nichts Verdächtiges. Ja, also nach Final Fantasy 7 muss ich sagen, ich habe mich hier auch dauernd verlaufen. Aber leider weiß ich mehr als du. Wie oft muss ich es dir denn noch sagen? Ich bin... Durchschaut? Tja. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Richtig smooth, der Transition. Aber fühlt sich halt schon ein bisschen merkwürdig an, nachdem wir die heiligen Wutas schon gekillt haben. Es ist gut möglich, dass sich der nächste Kandidat als eine Frau verkleidet hat. Er soll außerdem ziemlich geldgierig sein, aber das wird dir wahrscheinlich nicht viel weiterhelfen. Geht ja. Ach, ich habe aber eine Idee. Ich habe eine Eingebung, Chat. Njong. Hm. Was soll das werden? Eine Anmache? Einer von Soldat. Der soll bloß schnell abhauen. Hm. Was willst du von mir, Soldat-Schnucki? Wie konntest du mich durchschauen? Ja, weißt du, das Internet ist eine wilde... wilde Funktion. Ha. Hui. War aber eine gute Verkleidung. So, der fünfte Spion. Unsere Quellen sagen, dass dieser Spion nicht aus Rutei stammt. Er muss Shinra also aus einem anderen Grund feindlich gesinnt sein. Wir vermuten, dass der Spion etwas mit der Raumfahrtbehörde zu tun hat. Ja, okay, das ist der Typ, der eigentlich die Rakete von Sid, ähm, steuern sollte. Das ist ziemlich offensichtlich. Der hat sich ja gerade erst bei uns ausgekotzt. Ja, da draußen ist ja ein ganz wütender Doggo. Aber ein ganz wütender. Oh je. So, der hier nämlich. Der ist ja sehr eifersüchtig auf Sid. Ob ich Groll gegen Shinra hege, fragst du? Und wie ich das tue? Aber was geht dich das eigentlich an? Eine ganze Menge. Die bezahlen schließlich mein Gehalt. Verdammt, du hast mich durchschaut? Ach, der Sag. Und jetzt einfach aufs Motorrad springen und ihm hinterher rasen. Das wäre cool gewesen. Aber wahrscheinlich hätte Sag es nur gegen die Wand gefahren. Naja. Der Letzte im Bunde ist augenscheinlich nicht besonders gut, auf einen Soldatkämpfer zu sprechen, der an der Wutai-Operation teilnahm. Warte, das ist aber nicht unser Buddy-Buddy, oder? Wir vermuten, dass du der Stein des Anstoßes bist, Sag. Aber mehr wissen wir momentan leider auch nicht. Da der Eindringling unseren Informanten bislang vorbildlich entgangen ist, muss er seine Rolle wahrlich meisterlich spielen. Okay. Das war jetzt irgendwie nicht so hilfreich. Aber kriegen wir hin. Werden hier aber ganz schön rumgeschickt, ne? Boop. So, ne. Das ist die falsche Richtung. How is it? Da lang. Speicher aber nochmal. Safety first. Immer noch nicht 2, 1, 6. Komisch. Boah. Diese wilde Kamera immer. So, die Frage ist nur... Darf noch nicht zur Kirche? Aber ich glaube, es gibt von hier aus nur den einen Ausgang. Das glitschige Tor. Freue ich mich ja immer richtig doll, wenn wir hier sind. So. Da lang. Sagen die jetzt eigentlich was anderes? Shinra scheint sich in letzter Zeit ja mit ziemlich viel rumschlagen zu müssen. Ich habe gehört, dass die Firmenzentrale von Geistern angegriffen worden ist. Spukt es in Midgar jetzt etwa? Naja, nicht, dass das für uns viel ändern würde. Der sagt wie immer dasselbe. Der ist hier einfach nur der Local Tour Guide anscheinend. Ich bin mit einigen Freunden in die Stadt gekommen. Doch zu einem habe ich den Kontakt verloren. Er war nicht der sonnigste Kerl, den ich kenne. Aber trotzdem vermisse ich ihn jetzt manchmal. Okay. Der Onkel ist wieder da. Warte, das ist gar nicht dasselbe Kind? Hm. Er hat erzählt, dass jemand von Soldat die Monster unschädlich gemacht hat. Oh, klasse was? Das müssen wir dem tapferen Soldatkämpfer aber danken. Blinke Pfeil, blinke Pfeil, blinke Pfeil. Ja. Was ist dieser Onkel eigentlich für ein Kerl? Er sieht ganz toll aus und trägt immer so schöne Anzüge. Warte. Zagen. Sein Haus steht am Wallmarkt und die Zimmer darin glitzern und sind wunderschön. Er sagt, dass seine Arbeit Don heißt. Oh Gott, Don Corneo. Schwester, jetzt gehst du aber mal ganz schnell weg von dem Onkel. Aber ganz schnell. Oh shit, Bruder. Der züchtet sich einfach seine Mädchen schon mal im Kindesalter ran. Holy shit. Können wir das nicht machen? Don, das ist aber eine komische Bezeichnung für einen Job. Moment, hat der Kerl vielleicht was mit der Mafia am Hut? Oh shit, Schwester. Vielleicht solltest du diesen Onkel jetzt nicht mehr treffen. Er ist furchtbar nett zum Mädchen und wenn er lacht, ist das ganz lustig. Ja, total. Kann kaum an mich halten, so lustig ist das. Einfach mit einer der schlimmsten Charaktere in Final Fantasy 7. Oh boy. Die sehen wir dann in sieben Jahren im Honeybee Inn wieder. Wir sind jetzt drei zum Soldat spielen, aber der Neue will immer, dass ich sechs spiele. Wer soll denn das bitte sein? Ist der überhaupt ein Soldat? Ich habe jedenfalls noch nie was von dem gehört. Schwester, er steht vor dir. In voller Lebensgrüße. Aber wir müssen ja immer für Sephiroth hinhalten. Doof. Ich bin ein stolzer Wutai-Krieger. Ich mache die ganze Shinra-Armee spielen platt und Soldat kann eh einpacken. Ist das so, ja. Ist ja schön und gut, dass wir jetzt mehr Kinder zum Soldat spielen sind. Ich frage mich allerdings, warum der Neue ausgerechnet diese Rolle gewählt hat. Weil er eigentlich Juffi ist. Ist das die Antwort? Was willst du? Ich bin ein Wutai-Krieger? Na, hast du jetzt Angst? Ähm, was willst du denn, Onkel? Mist, ich bin entdeckt. Als ob das jetzt so ein großer Erwachsener... Hat er sich geschrumpft oder was? Con in Medizin genommen. Ja, anscheinend. Alles klar. Wie immer hast du uns nicht enttäuscht. Ich dachte, es waren schon alle... Ja, eben. Dank dir konnten wir alle Wutai-Spione fassen. Wir stehen tief in deiner Schuldsäge. Jetzt müssen wir nur noch die Bastion der letzten Rebellen hochnehmen. Walnussholz erhalten. Sehr gut. Ähm... Ist hier denn noch was? Ja, guck mal. Die hab ich doch gesucht. Du hast wirklich Glück? Ich bin nämlich Mitglied des Sephiroth Premium-Fanclubs Silber-Elite. Silber-Elite? Sind da etwa nur Senioren drin? Wart. Ähm... Manche zweifeln sogar an unserer Existenz. Nur der wirklich auserlesene, harte Kern darf diesem Fanclub beitreten. Und du hast die einmalige Chance, dazu zu gehören. So eine Gelegenheit gibt es nur zweimal im Jahr. Äh... Ist das so? Also, worauf warten wir? Wir sollten direkt mit der Aufnahmeprüfung beginnen. M-Moment mal. Ich hab doch überhaupt kein Wort darüber verloren, dass ich beitreten will. Äh... Hallo? Also, Frage 1. Wie wird Sephiroth das Sass-Sass-Sass-Sass-Serk genannt? Du hörst mir nicht wirklich zu, oder? Antworte schnell, deine Zeit läuft. Tick, tack, tick, tack. Das ist die Masermunde. Richtig! Frage 2. Wie heißt Sephiroths ultimativer Angriff? Supernova, aber kann er die da überhaupt schon? Richtig. Frage 3. Mit welcher Hand führt Zephyroth sein Schwert? Da er Edge Lord vom Dienst ist, wahrscheinlich mit Links. Hey Neras, Feierabend? Aber es ist doch Feiertag. Was ist denn da los? Ja, ich weiß, Menschen müssen an Feiertagen arbeiten, aber das geht doch nicht. Huch, nein, 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 nicht beide Hände. Nein, 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 nein. Mit Links. Er ist wie Link. Link. Link ist ja auch Linkshänder. Voll viele Schwertkämpfer in Videospielen sind Linkshänder. Äh, ja. Aber jetzt hast du ja Feierabend und das Gute ist, jetzt fangen wir gleich mit der Story an. Das heißt, weil das hier ist zwar auch irgendwie wichtig, aber das ist nicht so richtig Main-Core-Story. Deswegen kommst du perfekt zum perfekten Zeitpunkt. Du hast nur verpasst, wie ich Wutheilspione ausgehebelt und Kinder geärgert habe und, äh, Kniebeugen gemacht habe. Herzlichen Glückwunsch, du bist nun ein erlauchtes Mitglied der Silber-Elite. Siehst du, schon hast du deine erste Mail. Das war ja einfach. Bing. Der Duft des Silberwindes. Meine Güte, sind die übermelodramatisch. Seid gegrüßt, liebe Club-Mitglieder. Auch dieses Rundschreiben enthält wieder ein ganz besonderes Infoschmankerl, das ausschließlich euch vorbehalten sein soll. Es geht um das Geheimnis von Sephiroths geschmeidiger und splissfreier Haarpracht. Sephiroths Haarpflege ist eine Spezialanfertigung aus dem Laboratoire Shinra. Unser Idol soll jeden Tag eine Flasche Shampoo und eine Flasche Spülung verbrauchen. Er nutzt insgesamt 13 verschiedene Duftsorten, von Rosenzart bis Vanilletraum. So ist der Wind, der über sein Haar streicht, jeden Tag von einem neuen Aroma erfüllt. Gut, er zerstört also den Planeten im Alleingang durch seinen Shampoo-Konsum. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. I mean... I mean... You know... Ich habe Fragen. Vor allen Dingen habe ich die Frage, wo ich Mission 216 herbekomme, weil das würde ich gerne noch machen, bevor wir nach Muttihoheim gehen. Warte. Meine unauffällige Poolnudel wurde ja leider ignoriert. Nein, ich kann ja auch selber googeln, ich bin ja groß. Ähm... Unlocked by talking to a researcher in the exhibit room. Okay. Dann müssen wir leider nochmal zurück ins Schöneugebäude. Aber ich glaube, dann haben wir alles. Dann können wir endlich nach Modeo heim. Ich lache nur, wenn es noch gar nicht geht. Das Problem mit Crisis Core ist nämlich leider das folgende. Dieses Spiel hat ja Kapitel von 1 bis 10 und ein Prolog. Das Problem ist nur, manche Leute zählen den Prolog als Kapitel 1. Das heißt, wenn im einen Guide Kapitel 5 steht, meint der eine Guide Kapitel 5 und der andere Guide meint Kapitel 4. Das ist ein bisschen schwierig. Das haben sie nicht ganz zu Ende gedacht, dass Leute nicht verstehen, dass Prologe Kapitel 0 ist. Das ist ein bisschen wild. Sagen wir es mal so. Das ist ein bisschen wild. So, aber theoretisch müssen wir jetzt eigentlich... Weil wir haben das hier alles jetzt hauptsächlich auch für Aerith gemacht. Für den Blumenwagen. Ich hoffe nur, ich habe jetzt auch alles. Weil wir wollten der Dame des Herzens ja ein Blumenwägelchen bauen. So, hier ist schon mal keiner. Ah, der ist es. Noch ein Klon. Gibt Shinra seinen Wissenschaftlern nichts mehr zu tun oder drückst du dich hier vor der Arbeit? Mit Spielzeugen der Forschungsabteilung pflege ich nicht zu konversieren. Reine Zeitverschwendung. Spielzeug? Hast du mich gerade Spielzeug genannt? Pass besser auf, wie du von Soldat redest sonst. Sonst was? Hörnlosen Kampfmaschinen habe ich nichts zu sagen. Wir tun wenigstens was für unser Geld. Wer schützt denn bitte schön Midgar und sorgt überall für Recht und Ordnung, ha? Du ja sicher nicht, du Klonkrieger. Das ist jedenfalls eine Menge mehr, als den ganzen Tag voll am Schreibtisch zu sitzen und komisches Zeug zu lesen. Ich hätte da mal eine Frage an dich. Und die wäre... Warum bist du hier? Hä? Ein Telefon. Zack, hast du gerade mal kurz Zeit? Um was geht's? Hast du schon davon gehört? Ich meine, das zahlreiche Auftreten von Monstern um Midgar und Carmen in letzter Zeit. Klar, die Leute reden ja im Moment kaum von was anderem und außerdem muss ich die dauernd wegräumen. Anscheinend handelt es sich bei den Biestern um Monster, die sich die Forschungsabteilung zu wissenschaftlichen Zwecken gehalten hat. Im Ernst? Heißt das etwa, dass Shinra seine Monster ausgebüxt sind? Das glaubst du doch selbst nicht, oder? Dafür sind die Sicherheitsvorkehrungen im Shinra-Gebäude viel zu gut. Dann willst du also sagen, dass jemand... Die Firmenleitung hat beschlossen, in großer Zahl Soldatkämpfer zu entsenden, die die Monster bekämpfen und die Sache vertuschen sollen. Wahrscheinlich werden sie sich in Kürze auch an dich wenden, aber behalte die Sache erstmal für dich, ja. Alles klar, mach ich. Shinras Monster... Was hat das nur zu bedeuten? Ich glaube, wir wissen schon, wer die Monster rausgelassen hat. Welcher Schlingel das wohl gewesen sein möchte. Was aber eigentlich ziemlich dumm ist, weil damit schadet er ja vor allen Dingen Zivilisten. Das war nicht so schlau von ihm. Ne, das ist ein Kind. Das Geheimnis der Ödnis. Die Herkunft der vielen Monster in Midgar ist nun geklärt. Es handelte sich bei ihnen um entlaufende Versuchsobjekte aus Professor Hutus Labor. Diese Wahrheit darf nicht ans Licht dringen. Vernichte die Monster, bevor weitere Fragen gestellt werden. Das Mädchen für alles ist schon unterwegs. Okay, ist ein überschaubares Gebiet, das sollte schnell gehen. Dann machen wir eine ganz kurze Mini-Pippi-Pause und dann düsen wir nach Mudeo heim. Auch endlich mal. Aber... Was getan werden muss, musste getan werden. Ein Bomber, das sollte One-Hit werden. Guck mal, wie stark ich jetzt bin. Ein Eisring. So, kriegen wir dafür jetzt direkt was? Ne, ne? Aber irgendwas kriegen wir dafür noch. Ähm... I don't know. Ja gut. Ist auch nicht so mega wichtig gerade. Das haben wir gemacht. Ja, dann würde ich sagen... Machen wir unser kleines Päuschen und dann geht's auf nach Mudeo heim. Umba. Mm-hmm. Das war das Problem.